Hallo meine Lieben, da bin ich wieder am Start. Ich hoffe euch geht es all gut. So, quellen wir uns mal weiter, wa? Mit Dölle. Mit Dölle. Ah, alles aufgeräumt. Ich habe alles aufgeräumt. Ah, stimmt. 28.000 plus. Da war doch was. Hehehe. So, innere Kloster. Ich bin leider immer noch krank. Was will wir machen, ne? Irgendwann geht's weg. Irgendwann geht es weg. Oh, da ist irgendein Champion dabei. Ich hätte 7.000. Oh yeah. Wieder Haltinke und Mannertinke mit. Wir haben gleich wieder ein Level Up. Gott sei Dank. Ein Rollsatoma. Oh yeah. und all night listen did I was ist denn los mit ihr junge bis auf pille oder war das ging schnell ich kann nicht nur so muss aber mehr dran du musst so muss das sein hier so und so auf was soll das ding jetzt auf katagom in dieser ort macht mich fröste okio wie auch welch was wieder ohne frost wäre losglauben man diese blöde husten jubilee 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 gott sei Dank sind die nur feuer ich dachte ich hätte hier so kleine drecksäcke gehört die bärbel zwar drinnen aber ich muss sagen ich bin schon sehr zufrieden wie wir hier vorankommen klar es gibt immer schwierige stellen aber das ist ja in jedem geben ach aje hört mal ich hoffe wir sind im arsch das habe ich mir gedacht auch ein gelberes der ist für mich das war alles tot machen und sammeln ich bin überladen und nicht sammeln okay dann erstmal hoch und verkaufen hallo 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 so was haben wir hier nein das behalten wir Mana Blitzwiderstand ist ganz gut kann man mal behalten aber aber brauchen wir ja nicht so extra gold von monstern brauchen wir nicht und das ja ja nee ha 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 es wird 11 prozent nein danke wo 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 so 400.000 ist jetzt unsere Grenze weil wir müssen ins plus und nicht ins minus ne da müssen wir immer dran denken auf ich zu oh noch einer ja blöd ist natürlich Katakombenlevel fragezeichen ist unser unser Wegpunkt ne ich gehe mal schnell ich gehe mal schnell gucken war das jetzt Katakomben 1 oder 2 2 ok dann ist alles gut dann ist alles gut im moment im moment fahren hier so unheimlich viele sirenen vorbei doch was ist denn da draußen los in der welt mensch leute wir müssen doch einfach nur ganz normal leben oh was haben wir denn hier ätherisch ok den tun wir mal hier rein den tun wir mal da rein im 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 oder der über nur sirens ist was kommt auf der jetzt nicht weg oder man der hus 4 4 rüstung die sollte ich mal behalten oder ich nachher mal gucken ob man da vielleicht irgendwie was haben für im moment kommen wir gut durch dass ich mal schön das ist das ist so übel ich kann nicht noch mehr tragen tja haben wir schon wieder ein für probleme ja der problem genau bleibt ein keine zeit für blödsinn guten tag guten tag und zwar ja helm haben wir ja schon eine ja wenn die alte sich alle so groß wären so mal ganz kurz stöbern auf dem lauen zettel der mir von der community ja gemacht worden ist mal schauen mal schauen eine rüstung haben wir hier irgendwie eine rüstung mit 4 nein nur ein schild mit 4 schade 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 guten tag hier ist nichts doch ein kleiner scheißer ist ja schade wir brauchen den wegspunkt oh ja wir brauchen ihn aua alter hat das einen schaden gemacht ist schon da los was war denn der dritt au 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 ja ja mein seltener nicht diese blöden statue werbe viel stärker so wünsche ich mir das waypoint wenn jemand immer hoch machen da ich noch mal lernen hallo dg du alle säge seid gegrüßt ja 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 dann haben wir wieder 20.000 also langsam kommen wir mit dem golden bisschen vorhand ich will nochmal zeit würde ich sagen so wir nähern uns an dariel und wir nähern uns dem ende von akt 1 um ich habe alle Türen zu machen muss mit durchstehe dann geht es wohl doch da unten weiter oder dahin hey hey wo kommst du denn her wo kommt denn jetzt hier kommt der hier kommen wir aus einer anderen Tür raus oh alles drei kann ich geworfen gibt es auch gar nicht diese fallen hier diese blöden fallen ebene drei oh nein die sind so schnell oh nein heile dich oh die sind so schnell und die sind Ein Duell der Feuerbälle. Ja, brenne, Junge. Brenne. Ja. Wer brennt hier wohl besser, ja? Oh. Oh, das war der Große. Den Bulgerian. Ja, ach ja. Brenne, Junge, brenn. Jetzt muss ich mal den Seltener wiederholen. Ja, denke ich mir auch. Guten Abend. Sehr schön für den Orden. Oh, das Ding sieht gerne mal schlecht aus, wa? Das Ding sieht nicht schlecht aus. Den sollte ich mal besser behalten. Habe ich noch genug? Wo steht's? Nrgendwo. Ja. Ja, Junge. Leg dich nicht mit, Monsieur Söldner an. Oha. Oh, Monsieur Söldner. Leg dich nicht mit Monsieur Söldner an, habe ich gesagt. Habe ich gesagt, äh. Was hat er da gemacht? Sie schreckt hingelegt. Die dumme Sau. Fand ich jetzt nicht so korrekt. Oha. Ja, schon bist du putt, Junge. Gold, 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 ich brauche Gold, Gold, Gold. Gold, 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 Portalrolle. Wow. Oh yeah. Okay. Oh no. Kann noch gar nicht sein. Kann noch gar nicht sein, sage ich doch. Sag ich doch. Oh nein. Muss das denn sein? Von den Dreckssäcken hier. Geh ich jetzt mal um. Du kriegst mal O1 rum drauf. Die sieht man so spät. Oh nein, nicht noch einer. Was ist noch beschissen so rein? Hö. Lass die Tür doch zu. Oh nein das ganze von oben so dann könnte ich jetzt mal die ganzen trink hier einräumen da ich ja viel gefressen so ja feuer dann habe ich was schönes für euch ein bisschen kreis Schoko Eis hier ist Gott sei denn nicht so viel los in der Ebene hier ist